Für die Montage von 380 kV Höchstspannungsleitungen werden die B59 und die Berghammerstraße an einigen Tagen vollständig gesperrt. Bei den angeordneten Vollsperrungen werden Feiertage und Ferienzeiten berücksichtigt. Die nächsten Sperrungen erfolgen vom 3. bis zum 5. August, vom 10. bis zum 12., vom 18. bis zum 19. und vom 25. bis zum 26. August. Der Verkehr wird weiträumig über die L183, die K9 und die L93 umgeleitet.